Meine Organe, meine Emotionen. Ein Freistunde-Podcast. Folge 5. Mein Dünndarm, ein Sensibelchen. Könntest du deinen Dünndarm in seiner ganzen Länge betrachten, wäre er tatsächlich 5 bis 6 Meter lang. Glücklicherweise ist er in zahlreiche Schlingen gelegt, sonst hätte er in deinem Bauch gar keinen Platz. Er reicht von deinem Magenausgang, dem Magenpförtner, bis zum Dickdarm. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Wasser und Nährstoffe aus deiner Nahrung aufzunehmen. Die Verdauung beginnt bereits im Mund. Deine Zähne zerkleinern deine Nahrung mechanisch und es folgt dann die chemisch-enzymatische Verdauung mittels deiner Verdauungssäfte, das sind bereits Speichel- und Magensaft. Und dann werden im Zwölffingerdarm, dem obersten Abschnitt deines Dünndarms, noch weitere Verdauungsenzyme hinzugefügt, und zwar Skalle und Bauchspeicheldrüse. Dein Dünndarm kontrahiert sich rhythmisch, man nennt das die Peristaltik. Dadurch wird der Nahrungsbrei weiter fortbefördert und gut mit den Verdauungsenzymen durchmischt. Schließlich werden die Nährstoffe aus deinem Nahrungsbrei, die in winzige Eiweiß-, Kohlehydrat- und Fettpartikelchen zerlegt wurden, über die Darmschleimhaut ins Blut aufgenommen und mit dem Blut in die Leber transportiert, wo sie weiter verstoffwechselt werden. Dein Dünndarm weist an der Innenseite zahlreiche Faltenbildungen auf und ist zur Gänze von Schleimhaut ausgekleidet. Und diese Schleimhaut wiederum hat zahlreiche winzigste Zotten, und zwar pro Quadratmillimeter sage und schreibe über 200 Millionen Stück. Diese Zotten wiederum haben einen Bürstensaum, das heißt, da wird die Oberfläche nochmal vergrößert. Und so ergibt sich eine Fläche in deinem Dünndarm auf über 200 Quadratmeter. Das ist mehr als die Größe eines Tennisplatzes, damit deine Verdauung gut stattfinden kann. Dein Darm wird über das vegetative, also das unbewusste Nervensystem, gesteuert. Dazu finden sich in der Darmwand über 100 Millionen Nervenzellen. Vereinfacht werden diese vielen Nervenzellen als auch dein Bauchhirn bezeichnet. Dein Darm reagiert daher sehr sensibel, nicht nur auf Nahrungsmittelbestandteile, sondern auch auf Umwelteinflüsse und vor allem auch auf deine eigenen Gedanken und Gefühle. Dies kommt auch in der Organsprache deutlich zum Ausdruck. Du hast zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch oder kannst eine Lebenssituation nicht gut verdauen. Mitunter hast du tatsächlich Schiss, also Durchfall, vor bestimmten Situationen. Bei Stress, egal ob er körperlich oder emotional bedingt ist, wird deine Verdauung gedrosselt. Gedrosselt bedeutet, dass dein Dünndarm weniger gut durchblutet wird und auch die Peristaltik nachlässt. Schließlich soll in deinem Organismus alle Energie zur Verfügung stehen, damit du dich mit einer Konfliktsituation im Außen gut auseinandersetzen kannst. Nicht selten sind Verdauungsprobleme tatsächlich auch das erste Symptom seelischer Nöte. Das heißt, wenn deine Verdauung plötzlich anfängt, nicht mehr so reibungslos zu funktionieren, ist auch immer ganz gut, dass du darauf achtest, was ist gerade in meinem Leben alles vorgefallen, hat sich vielleicht etwas auf meine Verdauung geschlagen. Hast du gewusst, dass sich auch über 70% deiner Immunzellen in deinem Darm befinden? Somit ist dein Darm auch an deiner Gesundheit maßgeblich beteiligt. Wichtig ist daher, dass du deinen Darm immer pfleglich behandelst, denn eine gute Verdauung ist Grundvoraussetzung für ein gesundes, langes und glückliches Leben. Das wussten auch schon die Ärzte der traditionell chinesischen Medizin. Seit Jahrtausenden schon kümmern sich TCM-Ärzte bei ihren Patienten immer erst um die Verdauung, bringen diese in Schwung und behandeln dann das eigentliche Beschwerdebild. In der traditionellen chinesischen Medizin sind Dünndarm und Herz eng miteinander vergesellschaftet. Herz und Dünndarm sind beide dem Feuerelement zugeordnet, dem wiederum die Emotionen Freude und Liebe, also die Liebesfähigkeit und die Fähigkeit, Liebe auch anzunehmen. Dabei agiert der Dünndarm wie der Gehilfe des Herzens und sortiert vor, was er an Emotionen an das Herz weiterleitet. In der TCM ist die aktivste Zeit für den Dünndarm zwischen 13 und 15 Uhr. Interessanterweise fällt das genau in die Zeit, wo wir gerne Mittagspause machen und manche Menschen sich auch ein kleines Mittagsschläfchen gönnen. Es werden dabei nicht nur das Mittagessen, sondern auch die ersten Eindrücke des Tages in Ruhe verdaut. Das heißt, zumindest eine kleine Mittagspause zu machen, ist für deinen Organismus sehr gesund. Wie kannst du nun bemerken, wenn es deinem Dünndarm nicht gut geht? Nun, wenn der Dünndarm Probleme macht, bemerkst du das zum Beispiel an Blähungen, vermehrten Darmgeräuschen, an Bauchschmerzen unterschiedlicher Art oder gar Durchfall. Auch Hautprobleme können ursächlich mit dem Dünndarm zusammenhängen, denn letztlich ist ein Verdauungstrakt nichts anderes als nach innen gestülpte Haut. Was kann das nun für Ursachen haben? Vielleicht verträgst du bestimmte Nahrungsmittel nicht oder leidest an einer Infektion. Infektionen können durch unterschiedliche Keime ausgelöst werden, wie Viren, Pilze, Bakterien oder auch Würmer. Manchen Menschen mangelt es an Verdauungsenzymen oder sie können größere Eiweißpartikel, wie sie vor allem in Kuhmilch oder Weizenmehl vorkommen, nicht gut verdauen. Nur in sehr seltenen Fällen liegen echte Allergien vor oder handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, dann ist die Immunabwehr in deinem Darm aus dem Gleichgewicht geraten. Gehe bei Darmproblemen auf jeden Fall zum Arzt und lass das sorgfältig abklären. Die traditionelle chinesische Medizin kennt noch weitere Anzeichen, dass es deinem Dünndarm nicht optimal gut geht, und zwar Müdigkeit oder übertriebene Rastlosigkeit zwischen 13 und 15 Uhr, dann kleine Aften, das sind Einrisse im Bereich deiner Mundwinkel, Probleme beim Zuhören und dem Unterscheiden von Geräuschen und Schulterschmerzen sowie Nackensteifigkeit. Auf den ersten Blick wundert man sich, wie die alten TCM-Ärzte auf diese Symptome gekommen sind. Das hat aber damit zu tun, wie der Dünndarmmeridian verläuft. Meridiane, das sind Energieleitbahnen im Körper. Und zwar im Falle des Dünndarmmeridians sind das Kopf, Ohr, Hals, Schulter und Arme. Bei chronischen Darmproblemen macht es also durchaus Sinn, auch einmal einen TCM-Arzt aufzusuchen. Was kannst du nun tun, um deinen Dünndarm auf Vordermann zu bringen und gut gesund zu halten? Im Wesentlichen trennt dein Dünndarm Wertvolles vom Abfall. Im übertragenen Sinne ist es daher wichtig, dass du Entscheidungen triffst. Was tut dir gut und was nicht? Dein Dünndarm, der liebt es, wenn du zu dir selber stehst. Hast du Verdauungsprobleme? Dann achte mal darauf, in welchen Momenten du dich noch mehr für deine Herzensangelegenheiten einsetzen könntest. Hier haben wir nämlich wieder den Zusammenhang zwischen Dünndarm und Herz. Was sind deine übergeordneten Ziele und wie kannst du dich dafür am besten einsetzen? Mein Tipp an dich, scheue dich nicht davor, Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn du im Nachhinein denken solltest, du hättest dich anders entscheiden sollen, mit Sicherheit hast du dennoch viel wichtige Erfahrungen gesammelt. Durch jede Entscheidung tun sich nachher neue Möglichkeiten auf und du reifst und wächst auf jeden Fall neu über dich hinaus. Entscheidungen zu treffen kannst du ganz bewusst üben. Fang bei kleinen Alltagssituationen an, zum Beispiel, was möchte ich heute gutes essen? Dein Darm liebt es natürlich, wenn du dich gesund ernährst. Dabei handelt es sich um eine ausgewogene Ernährung, die deinem Darm besonders gut tut. Diese sollte viele frische, natürliche und regionale Nahrungsmittel umfassen. Achte darauf, welche Nahrungsmittel und vor allem auch welche Zubereitungsarten dir gut tun, denn das ist individuell oft durchaus sehr unterschiedlich. Ein weiterer wichtiger Tipp ist in Ruhe und in guter Gesellschaft, denn wir nehmen beim Essen nicht nur die Nahrungsmittel per se in uns auf, sondern auch die Atmosphäre der Umgebung. Halte auch regelmäßige Fasteneinheiten ein, in denen du nur wenige und leicht verdauliche Nahrungsmittel zu dir nimmst. Dann können nämlich Reste unverdauter Nahrungsmittel deinen Darm verlassen, während du neue Kraft und Klarheit tankst. Wenn du darin noch unerfahren bist, suche dir Hilfe und Unterstützung bei Ärzten, Ernährungsberatern oder in deinem Bekanntenkreis bei Menschen, die damit schon Erfahrungen haben. Wie gesagt, dein Dünndarm schätzt emotionales Gleichgewicht. Achte daher darauf, welche Menschen und Alltagssituationen dich emotional unterstützen und was dich hingehend wirklich nervt. Grenze dich entschieden ab, wenn dir das Verhalten anderer Menschen gegen den Strich geht und es nicht zu deinen persönlichen Werten passt. Nimm dir ausreichend Zeit, um schwierige Lebenssituationen gut zu verdauen und verlasse vor allem aussichtslose Situationen, wo du nichts mehr ausrichten kannst und wende dich immer und immer wieder den Dingen zu, die dir von Herzen Freude bereiten. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin eine schöne Sommerszeit mit vielen sonnigen Momenten und vor allem Momenten, in denen du dich gut entscheiden kannst. Herzliche Grüße, deine Katharina Schmid